Natürlich. Wie kann ich am Service sein? Du nimmst es, woher ich es verkaufe? Das ist etwas, was du verkaufst? Das ist gut. Das benutze ich eh nicht. Ja, ich gehe mal weiter in Backstubbing. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mr. Slaves Package, ich glaube, das werde ich... Äh, hm. Ja. Ja. Wo muss ich hin? Hier hinten? Game Hunt for Jimbo. Das Post Office. Neighborhood. Und, ähm... Die Schule. Wird jetzt hier wieder... rumgaloppiert? Nee. Und hier eine Gasmaske trage? Ja, eventuell. Deswegen werde ich jetzt einmal wieder wechseln. Hm. Oh, schade kann ich noch nicht, ähm... Aber ich werde erstmal wieder zum Schuhen. Ja. 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 Du, ich habe alle die Tür geöffnet. Und ich habe alle die Tür geöffnet. Und ich habe alle Monitoren, die arbeiten in der Zeit. Niemand wird dir schade, Craig. Okay? was was hat er so ich sehe schon ich muss irgendwas mit den stühlen machen hm 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 ha so ist doch ein seelenloses monster 40 mana ich glaube ich spinne den backstabbe ich einfach das ist das webbodies zu prinzess kenny prinzess kenny mag du hast mich mag mag ja und ich vergesse immer das mal mit rechts klick ich sehe wir alle in der stelle ich sehe wir alle in der stelle äh wenn ein flasches oh hm left click to attack right click to attack what the fuck ha 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 officer down officer down send backup lol was hm hm hat er nehmen wir alles nur die frage ist wie kommen wir dadurch ich verstehe dragon schaut wie mache ich den denn ah ok ich verstehe irgendwie nicht ganz aber hey wir machen aber ja die anal sonden da oben ein bisschen mehr sorgen wir müssen also mr mackys das bringt nichts hat er den schlüssel nein wie kommen wir da durch wie kommen wir da durch wo kriege ich die ganzen schlüssel her ich bin verwirrt weil ich nicht weiß was ich jetzt machen muss wir können hier auch sonst gerade nirgendwo hin ich bin Du kannst den Brass-Key von meinen kalt-dehnen Händen nehmen. Du kannst den Brass-Key von meinen kalt-dehnen Händen nehmen. Da müssen wir Backstabben und zwar kümmern wir uns zuerst um den da. 89 Schaden. Prinzessin Kenny. Oh. Hm. Okay, verstehe ich nicht so ganz, aber hey. Wie können wir denn... Ach, mit normalen Eingriffen. Prinzessin Kenny, dein Bogen wird gefragt. Ach, weil er ihm den Rücken sichert, kann ich nicht angreifen von hinten. Äh... Ja, was haben wir denn groß für eine Wahl? Hilfe! Hilfe! Ah. Wir sind überrascht! Und jetzt der Backstab des Todes. Ha! Sehr gut, der Backstab des Todes hat's geschafft und wir sind... Was? 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 Basement. Verschlossen. Oh, wir können den noch ausrauben. Können die anderen auch noch ausrauben. Mensch, das habe ich ja fast vergessen. Ginger... Security. Ginger... Separatist... Die rothaarige Separatisten-Bewegung. Ich wusste es. Ich habe davon gehört. Hallo. Was haben wir hier? Ähm... Hier haben wir nichts. Sehr gut. Was ist der arme Junge da hinten? Geh, Dino-Bewegung! Au! Hüi Mal! Hüi Mal! Du hast dich vagab, eh! Hüuh he! Hüe Hü-hü-hüu! Und deinen vor. Ich nehme Feuer! Wo haben Sie alles? Es ist nur noch einer. Der wird jetzt gebackstabt. Ah, der hat ein Schild. Aber eigentlich, mit dem Backstab müsste ich das umgehen können. Nein. Scheiße. Mana gewastet. Ah, er hat mich angegriffelt. Widerlich. Widerlicher Rotschopf. Das kriegst du zurück. Sehr gut. Was ist mit dir los, tapferer Junge? Ah, er braucht ein bisschen Hilfe. Hier, kümmere dich um den Arm, Junge. Ach, warte mal. Ähm, wie können wir nochmal switchen? Ähm, Party. Da. Ich möchte gerne Butters haben. Mit Butters können wir nämlich... ... ihn heilen. ... 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 Okay, dann backstabben wir erstmal den Rotschopf da hinten. Okay, eins, zwei, drei, zack, 89. Batas, ich glaube an dich. Zerstöre seine Rüstung. Ja, was kommt jetzt? Oh, oh. Was macht der? Ähm. Ups. Ich brauche erstmal Mana. Ähm, Mana, Mana, Mana. So, jetzt dürfte ich eigentlich genug Mana dafür haben. So. So. Was, aber ich hatte nicht... Dann brauche ich den Hammer of Justice. Ah, es hat mich gebissen. Ha. Ich habe ihn unterbrochen. Oh, oh. Revive Potion. Äh, davon habe ich einige. Nimm diesen Burrito, Batas. Damit wir unsere Feinde besiegen können. Das muss ich aber nochmal mit dem Dragon Shard übrigens ein bisschen üben. Auf den Boss. Wie schreitst du dich? Batas, du musst mich heilen. Ich habe deinen Bett, du. Danke sehr. Du bist ein guter Freund, Batas. Ha. Nein. Okay, ich muss ihn aufhalten. Wie viel Leben hat er noch? Ach, man muss nur den Boss töten und dann... Ah, okay. Nicht die Ads. Perfekt. Okay, Cash. Es ist vorbei, Mackie. Ah, sehr gut. Danke für mich raus, Kid. Wer bist du? Ich bin der Neo-Kid. Was ist dein Name? Oh, gut. Ich gehe nach Koopa-Kee. Ich sehe dich da wieder. Sehr gut. Schnell zur Koopa-Kee. Wie, wir haben hier noch Quests? Bottle of rubbing alcohol to lure out and kill the mutant. Ach, okay.